Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sehr schön, so Gut, wunderbar, nehmen wir mal die Pumpe wieder in die Hand Ich dachte eigentlich, dass hier unsere lieben Hirsche werden Hirsch, Hirsch Schau mal, welche Richtung müssen wir uns zu den anderen Hirschen? Genau, genau geradeaus Ah, da sind Haie, na gut, dann nehmen wir gleich mal das Boot mit Oh mein Gott, fast hätte ich ja die Kisten vergessen Oh mein Gott So, zack, wo ist denn hier die Kiste? Hier 21 Dollars Kann ich mir eigentlich einen größeren Beuterrucksack herstellen? Äh, Beuterrucksack, so, zack Oh, Dingo-Fell Mh, naja Gut, hab ich jetzt nicht so unbedingt bei Äh, so, mehr Kisten gibt's ja hier nicht Gucken, kann man das hier mal, ich will mal nicht hier, ne, und so Oh na, der hat das, mit seinen Gedanken hat er es gestoßen Ist natürlich auch cool So, und jetzt kommen wir mal hier rauf Jumpen Und dann werden wir mal hier weiter Warum hätten die da nicht anlegen können? Ich verstehe das nicht Okay, egal, so Warte mal, wo müssen wir hin? Oh, falsch Einmal nach rechts, bitte Und da so ungefähr hin Gucken wir mal nochmal Jupp, scheint so die richtige Richtung zu sein Wieder in diesem Schlauchboot Wie viele blaue Pflanzen es noch gibt Ich weiß gar nicht mehr, wozu man die genau braucht Ach, hier müssen wir hin? Gut, dann legen wir doch hier gleich mal an Was haben wir denn da vorne Schönes? Ich lege mal hier vorsichtig an Damit wir jederzeit das Boot Wieder nehmen können Zack So Was hat denn da vorne so geleuchtet? Ach, das ist wahrscheinlich wieder so ne So ne, so ne Mission So, wo haben wir denn hier die nette Kiste? Hier ist sie 33 Dollar Sehr schön Sind wir wieder bei 1400 Also was haben wir denn hier? Ja, geil Kommen wir hier auch rein? So, bringen das Fahrzeug samt der geladene medizinischen Ausrüstung zur Markierungsfackel Bevor die Zeit abläuft Ähm, machen wir das mal schnell? Ne, passt auf Das machen wir jetzt nicht Das machen wir dann mal später Ähm Wir werden erstmal Ähm Uns ein, zwei Hirsche schießen Damit wir endlich mal hier Munitiones und so machen können Und hier ist es auch schon erst Wie jetzt ist, hat der überlebt? Alter Zwar folge ich den, ist mir jetzt egal Ich höre schon wieder Piraten, ey Die schieße ich gleich wieder über den Haufen Was ist denn dieser Hirsch jetzt hin, Alter? Komm her, du Hirsch! Ich brauch dich jetzt, Mann Okay, jetzt ist er verreckt Plündern nicht möglich Mann So mal nicht, Kollege Ne? Und so Da kommt er hier einfach so an So, was haben wir denn hier? Ja, komm, legen wir das jetzt hier ab Ja, und das jetzt auch Zack, so Haben wir da zwei Plätze frei Mann Mann, ich will da nicht ständig schwimmen Ich will das doch bloß häuten, Mann So, jetzt Nehmen das mal hier schnell mit Voila, ein Hirschfell Den anderen haben wir noch markiert Das ist wunderbar So, wo ist ein anderer Pirat hier? So Da war er So, hier haben wir noch eine AK Nehmen wir mal die AK mit Oh, ich weiß es gar nicht Oh, ich weiß es gar nicht Erstmal plündern wir mich hier mal die Leiche 17 Dollar Was ist das hier eigentlich? Zwei Leute für so ein Lol Ich nehme das zurück So, wir werden mal jetzt noch den anderen Hirsch hier mitnehmen Oder den hier Ganz einfach mal ausgeschaltet So eine Pumpe ist für mich eigentlich ganz gut so Ich bin ja nicht so der Scharfschütze Auch wenn ich Oh, das kann doch nicht sein Okay, jetzt ist es mir egal Ist mir doch egal, was du da machst Wir haben jetzt ein Hirschfell und mehr brauchen wir nicht Waffengurt Robuster Waffengurt Hersteller Dankeschön Starker Waffengurt High Haut Alter High Haut Boah, das ist Ah Ah Gut Tja, für das Munitionsbeutel fehlt es uns immer noch Achso, wir machen einfach mal schnell eine Schnellreise Weisenpunkt Den haben wir doch gerade erobert, oder? Mal gucken, ob es da einen Waffenschrank gibt Ich bin mal gebeistert So, seid ihr auch heute alle gebeistert? Ich bin auf jeden Fall sehr gebeistert Ne, begeistert natürlich So, und dann werden wir uns mal Ein Sturmgewehr noch ausrüsten Und zwar das STG hier Jawoll Jep, da will ich hin Horbens So Achso, hier können wir auch gleich noch verkaufen Wunderbar So, dann nehmen wir gleich mal Vergibt das Foto Ah, die Spielkarte bleiben wir Weißer Poker-Chip Antike Münzen Weg hier Tablette Erkennungsmarke Bronzeschmuck Porzellankrug Ein blauer Poker-Chip Pfeilspitze aus Bronze Gut Den Kompass sowieso weg Meth-Pfeife Kann auch weg Hai-Fetisch kann weg Was haben wir hier noch? Ja, leeres Feuerzeug wieder Konflikt-Diamant Können weg Edelstein Alle ganzen Spielkarten Poker-Chips Verhalte ich mal So, dann ist unser Inventar Wieder schön leer Achso, das ist wieder die Mission Ich habe mich gerade gewundert Was da so Leuchtet Durch die Tür hindurch Aber das ist ja ganz klar Ist ja unsere Mission Achso, wir wollten ja noch schnell Waffen auffüllen Ähm, Munition was Munition was Machen wir das mal hier noch schnell In diesem genialen Schrank So, Munition Inventar auffüllen Sehr schön So, da müssten wir jetzt bei allen Waffen Volle Munition haben Geben wir hier mal wieder raus Wenn wir gleich mal gucken So, hier ist Voll Hochvoll Hochvoll Wunderbar So Nehmen wir mal die Pumpe sowieso in die Hand